Na, Leute, hier ist wieder Ocela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Erkundungs-Achievement und zwar sind wir da einmal unter Erkundung, Battle for Assert und dann geht es um den Erfolg. Sie fressen mir aus den winzigen Händen und dafür müssen wir, ja, drei Brutosaurus füttern und, ja, als erstes müssen wir die finden, aber zuvor müssen wir nochmal ein Essen auftreiben, um sie quasi zu finden, um sie nicht zu finden, sondern zu füttern, so rum, genau. Und, ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal, wo man das Essen herkriegt beziehungsweise wo man die Dinos kriegt, die man dann schlussendlich füttern muss. Wir sind als aller allererstes hier einmal im ersten Gebiet, hier Zuldersaar und dort sind wir auf den Koordinaten 71, 29 hier oben in den Lagern, wo die Tortolaner sind und dort haben wir auch einen von diesen netten Tortolanern und mit dem quatschen wir jetzt mal ganz kurz und der verkauft uns hier so ein, ja, getrocknetes Früchtebrot und das kaufen wir einmal und dann tigern wir mal los stilecht auf unseren Brutosaurus um einen anderen zu füttern quasi und zwar befindet der sich hier unten, also wir müssen doch eine ganze Weile laufen ich würde sagen, das skippen wir jetzt an der Stelle mal. Ja, dann sind wir unten angekommen bei unserem hungrigen Freund und zwar ist der auf den Koordinaten 64, 39 übrigens die TomTom-Koordinaten werde ich euch wieder in die Infobox unten reinpacken dass ihr auch diese lustigen Pünktchen auf der Karte habt um es vielleicht ein bisschen einfacher ablaufen zu können. So, erstmal ganz wichtig, der hat einen längeren als ich das ist echt deprimierend also länger in den Hals aber viel wichtiger ist, dass der quasi hier einmal den Debuff haben oder Buff haben muss, dass er hungrig ist und wir müssen ihn quasi einmal füttern und das machen wir mit dem zuvor besorgten Futter wir drücken da einfach einmal drauf schmeißen das zu und jetzt ist er quasi nicht mehr hungrig und kaut er das? Ist das eine Animation? Ich weiß es nicht, man sieht es relativ schlecht, weil er halt echt riesig ist. Okay, steht nur, also da, es wäre cool gewesen wenn so eine Animation eingefügt worden wäre dass er sich runterbeugt und uns aus den Händen futtert wie es das Achievement sagt aber nichtsdestotrotz haben wir einen Brutosaurus aus Zuldazar einmal gefüttert und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch die anderen beiden aus Nazmir und Voldum an. Ja, dann sind wir einmal hier in Nazmir angekommen und zwar müssen wir uns erstmal das Futter wieder kaufen wir sind hier auf den Koordinaten 43, 45 und dort müssen wir erstmal in eine kleine Höhle rein und dazu monten wir es mal ab lassen unseren Brutosaurus stehen und gehen zu der Händlerin, die hier steht und die kann uns auch wieder sicher ein Futter verkaufen, das wir brauchen oh, die hat sogar auch Pets nicht schlecht, also das haben wir hier nein, nein nein, das brauchen wir auch nicht hier, das Futter können wir einem anbieten ah, schau mal, das könnt ihr theoretisch sogar, wenn ihr clever seid ähm, zu Mass kaufen ins Auktionshaus stellen vielleicht ist hier irgendeiner da, der sich dann nicht die Arbeit hier machen will und quasi äh, warte mal, komm, das machen wir doch mal wir kaufen jetzt mal ein bisschen mehr Futter äh, nicht, dass er die Arbeit machen will und das Futter hier kaufen möchte sondern, ja, warum auch immer direkt zum Brutosaurus will und quasi ihn füttern möchte vielleicht kann man es verkaufen, mal schauen so, dann sind wir jetzt beim Dino angelangt und zwar sind wir einmal auf den Koordinaten 32, 34 das ist hier relativ weit oben und da haben wir wieder einen riesengroßen Dino weiß ich, ich dachte, mein Dino ist groß aber der ist nochmal ein gutes Stück größer wenn wir uns jetzt mal wirklich hier ohne Mount daneben stellen dann sind wir nicht mehr so groß wie der Fußnagel wir können sogar uns da unten rein unter den Fuß reinbegeben wahrscheinlich aber nichtsdestotrotz werden wir den jetzt einmal füttern und zwar hier mit unserem erworbenen Futter da geht auch der Buff weg ihr müsst auch wirklich gucken wenn den kurz davor jemand andere gefüttert hat hat der hier diesen D-Buff nicht ähm, dass er hungrig ist und der mit schon oh, warte mal, jetzt hat er sich hier unten bewegt, ne der, der hat was gemacht ui, schau mal an der bewegt sich oder hat er sich jetzt vielleicht hat er sich einfach nur so bewegt und ich bilde mir jetzt ein, dass er sich bewegt hat weil ich ihn gefüttert habe so, damit haben wir den zweiten und jetzt müssen wir noch nach Vuldum und ich habe in Vuldum ehrlich gesagt noch keine großen Dinos gesehen aber wir werden sicher gleich herausfinden wo wir hin müssen sodala, ich bin einmal hier jetzt schon in Vuldum angekommen und zwar stehe ich jetzt auch schon bei der Händlerin ich bin nämlich einmal bei den Koordinaten 40, 55 und dort unten hier mitten in der Wüste haben wir eine nette Vulpiradame und, oder ist das ne ne, das ist ein Typ ich glaube das ist ein Typ, ok ich dachte das ist, naja gut ok, es ist ein Typ und der verkauft uns einmal Schlange am Spieß und, achso, ich habe das eben gerade schon gekauft gehabt weil ich die erste Aufnahme verkackt hatte das können wir anscheinend nicht mehrmals kaufen und ins AHA klopfen wobei mit dem mobilen AHA müsste das sogar gehen und mit dem Ding müssen wir einmal ganz, ganz genau nach oben und da sind dann anscheinend auch Dinos und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt gleich mal an dann sind wir hier beim letzten Dino angelangt und zwar sind wir hier ganz oben bei den Koordinaten 61, 9 und dort haben wir, wie gesagt, hier unseren schicken Dino der ist auch hungrig und ich würde sagen, wir füttern ihn jetzt mal mit der Schlange am Spieß und, da ploppt auch unser Achievement auf wir haben alle Dinos damit gefüttert und ja, wieder 5 Achievement mehr ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen sollte das der Fall sein würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt könnt ihr mich gerne abonnieren euer Teller, bis zum nächsten Mal ciao Bis zum nächsten Mal.